Der Nikolaus ruht sich jetzt aus und kommt erst morgen wieder raus. Kommt ihr zusammen, ihr zwei? Ja? Was wollt ihr? Was vortragen? Was vorsingen? Pass mal auf, dann drehen wir uns rum, dann können die sich alle sehen. Nimmst du das Mikro? Das ist ganz wundersam. Ja, prima! Wir gehen noch Finger hoch. Ja, dann kommt mal hoch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, kommt mal hoch. Komm mal hier vorne hin. Du möchtest was vorsingen oder vortragen? Vorsingen. Dann gebe ich das Mikrofon mal. Dicke rote Kerze, Tannenzweigenduft und ein Herz von Heiligkeiten liegt jetzt in der Luft. Und das Herz wird weit. Macht euch jetzt bereit. Bis Weihnachten, bis Weihnachten ist nicht mehr weit. Ja, prima! Dankeschön! Dann kommen noch...